So meine Freunde Willkommen zu einem Infovideo und ja ihr habt zwar in den letzten Tagen wahrscheinlich mitbekommen ganz viele Infovideos von ganz ganz vielen verschiedenen YouTubern zur Gamescom 2015 und ich wollte gestern eins raushauen aber ich weiß nicht ich war gestern mal wieder zu faulen wie in den letzten Tagen so oft aber heute kommt es halt an immer noch rechtzeitig für die meisten ja denn ich wollte hier an der Stelle einfach nur mal kurz und knapp ankündigen wann ich auf der Gamescom bin wo ich anzutreffen sein werde und ja was dann noch so abgeht sage ich jetzt einfach mal ganz spontan also kurz und knapp und prägnant ich werde vom Mittwoch den 5. ich weiß gar nicht ob es der 5. ist, müsste der 5. sein von Mittwoch bis Freitag auf der Gamescom sein und werde dort nicht ortsgebunden wie die letzten Jahre verweilen ich werde ja ein bisschen unterwegs sein und wenn ihr dann sehen wollt wo genau ich bin dann schaut auf jeden Fall mal auf Twitter vorbei Link in der Beschreibung folgt mir da wenn es geht und ihr unbedingt mal mich treffen wollt sage ich mal da haben wir einige Interesse geäußert und deswegen sage ich das jetzt mal so publik und ja schreibt mich einfach mal an oder guckt doch einfach mal was ich da für Einträge verfasst habe oder für Tweets rausgehauen habe um ja mich zu stalken sage ich mal ja 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 aber damit ihr halt auf dem Laufenden seid wo ich dann bin weil wie gesagt ich wollte dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen unterwegs sein Samstag, Sonntag tue ich mir dieses Jahr nicht an weil ja keine Ahnung 5 Tage Gamescom ist halt irgendwie unnötig auch wenn Samstag immer noch ein bisschen Action abgeht Sonntag ist dann halt immer so gewesen auch die letzten Jahre immer aber ja mal gucken wie es dieses Jahr so wird ich freue mich auf jeden Fall vor allen Dingen dass ich dieses Jahr mal wieder ein Mittwochsticket habe das ist richtig gut an der Stelle vielen vielen lieben Dank nochmal an TGN die es möglich gemacht haben sonst ging das nämlich nicht und ich freue mich da auf jeden Fall wieder ein paar Leute von euch zu sehen und ja das war es dann von meiner Seite Videos wird es dabei natürlich auch geben größtenteils aber nur Pokémon X ich glaube eine Folge Yu-Gi-Oh! werde ich noch dazwischen mogeln aber das war es dann auch gut Leute vielen vielen lieben Dank für's zugucken ich würde sagen wir sehen uns vielleicht auf der Gamescom wenn nicht dann eventuell nächstes Jahr oder was weiß ich was haut rein ciao